Debra, halte durch, wir sind fast da. Debra, alles wird gut, okay? Nein! Nein, Debra! Nein! Nein! Ach bitte, das darf nicht sein! Oh, Gott! Nein! Ah, 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 ah. Da haben sie einen geist gesehen Was zum teufel ist hier los das ist kompliziert Aber das ist weder die zeit noch der ort Was will die denn von mir Alter Schwede Ja ja ich muss gerade die tasten drücken Dass ich da so weg kann Scheiße Alter Natürlich wir sind wieder getrennt Oh Gott Okay Okay du hast Ada Wong bei dir Ja ich muss dir glaube ich folgen Aber ich weiß es nicht genau Ich weiß nicht genau was ich hier Achso Okay ich weiß echt nicht was ich hier machen muss Achso Okay Du musst dir rüberhelfen Ja genau mach ich gerade Was macht ihr da Ihr solltet nicht flirten Wir flirten nicht Was Okay Also ich bin jetzt irgendwie gerade ein bisschen gefangen Okay Irgendwie sagen wir alle wir müssen hier raus Aber klettern weiter nach unten Warum Ja ich muss auch hier jetzt gerade Gerade ausspringen Jeder springt hier irgendwie hin Oh Da ist Debra Passen Sie auf Sie ist stark Passen Sie selbst auf Und hat Mörse Oh ja Alter Schwede Was macht die da Was mach ich da Hier steht ein TNT Fass Hier stehen mehrere TNT Fässer Achso scheiße Ja Ich glaube die lassen wir noch Das kann doch nicht wahr sein Wow Shit Siehst du schon wieder auf mir Ach Gott Langsam wirst du lästig Das tut auch Ja Wow Was mach ich da Okay das wusste ich nicht Was du machen musst Alter Schwede Okay Kann ich mal nicht mehr Okay nochmal zum Fall Weiß ich nicht Ich mach einfach Oh ja alles klar Jetzt hab ich Eda bei mir Ja Ich bin alleine hier oben Oh Gott Ich sag's immer so einfach Okay wir können dir so ein bisschen Unterschützen Wenn du weiter nach unten bist Boah ey alter Ich habe Keine Medizin mehr hier Keine einzige Ja das ist schlecht Boah alter Ich bin ja hier gerade so ein bisschen Rücken frei Ja Wir können auch nicht alles Wir können gerade weiter runter hier Ja Aber das dauert noch ein bisschen Bis ich da bin Oh scheiße Ach du Kacke Und ich kann ja nicht helfen Ne Das sieht mies aus für mich Aber ich kann wieder aufstehen Okay Erstmal bei mir geht es nicht gut ey Ja mach vorsichtig Ja ja Ich habe auch kein Kraut mehr Okay Ich kann aber auch nicht raus Also ich stecke gerade so ein bisschen fest mit Eda Ja Okay ich renne gerade hier Ich glaube ich bin eine Tasche über euch Ja Ja Steht einer Oh fuck Ja das war es Scheiße Alter Okay Mal gucken wo wir starten Puh Und wie es mit meiner Energie aussieht Okay Ist alles nicht so das gelbe vom Ei Wie wäre es mit Hilfe Je mehr sich die Dinge ändern Desto mehr bleiben sie klar Okay wir kommen nach unten gefahren Ja Ich muss ein bisschen nach unten Aufräumen können Okay Versuche mal so ein bisschen auf deiner Höhe zu bleiben Ja Okay Okay Das sind drei Zombies Okay Keiner mehr Da ist noch eine Bist du Okay Okay Nimmst du tief runter Nein nein alles gut Wir sind hier noch nicht Okay jetzt muss ich ja mal rumrennen Ja So Oh okay Ja das mache ich hier gerade Sehr gut Können wir immer noch nicht hier raus Ne ich muss auch mit euch da rein Oh Au Wie kann man sich denn ducken Ja mit Leiter hast du bestimmt Ne Ach Letters und R Alles klar man Ah ja Oh oh Ach nicht sie schon wieder Hör auf Debra Das bist nicht du Ja das bist nicht du Ja was will die alter Genau Richtig Oh wie haben sie da fahren jetzt oder was Oh nein Ja Au Au Boah alter Da Verpinkt wir das Danke Ich habe die Fäzer Ja Wo bin ich jetzt gerade hier? Indiana Jones? Wahrscheinlich, ja. Im Tempel des Todes. Wow. Shit. Das habe ich nicht kaum sehen. Du hast aber echt viele Pillen, du. Aua. Das auch nicht. So, Vorsicht. Ich ducken. Oder so. Zerschieße ich das Ding. Debra. Wo ist Debra? Alter. Wow. Au. Alter. Ich bin gerade so ein bisschen in der Tlemme. Ja. Kann ich machen. Ich schmeiß die alte runter. Keine Tränen mehr. Bis ich dich gerecht habe. Nein. Ich bin. Deine Mögen. Ich bin. Ich bin. Oh, dafür wird er teuer bezahlen. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh mich an. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh einfach nur mich an. Hilf mir. Ich werde dich hier rausbringen, Deborah. Deborah, sieh mich an. Wir werden hier rauskommen. Nein. Nein, lass sie los. Nein. Lass mich um. Nicht meine Schwester. Nimm mich. Bitte. Ich tue alles. Bitte. Bitte, bitte tun sie ihr nicht mehr. Deborah. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also half ich ihm. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlassen. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strittenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... Ich glaube, er ist es der... Simmonds. Simmonds. Wow. Alter. Wow. Ja, krass, wie ewig lange so ein Kapitel dauert, das hätte ich nie gedacht. Da ist ja Resident Evil 5 vor uns dagegen. Das ist nichts dagegen. Ja, Leute, alle, die das Video gesehen haben, stellt euch schon mal auf ein paar Parts mehr ein. Nur ein paar. Ja, sehr krass. Sehr krass. Simmonds steckt also dahinter. Ja, genau. Und jetzt muss natürlich ihre Schwester gerecht werden. Aber wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Resident Evil 6. Wir bedanken uns fürs Zusehen und habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.